Hinter mir, das ist das Areal der ehemaligen Bayernkaserne in München. Ein Riesenareal mitten in der Stadt und hier werden in den nächsten Jahren Tausende von neuen Wohnungen entstehen. Und die brauchen natürlich auch Glasfaser. Wie man sowas plant, das gucken wir uns heute mal an. Andreas, du kümmerst dich um FTTH-Gebiete im Großraum München für uns. Bayernkaserne hier ein besonderes Projekt, oder? Wir vom Infrastrukturvertrieb betreuen nicht nur die Gemeinden und die Städte bei ihrem Glasfaserausbau, sondern auch Bauträger und Planungsbüros bei der FTTH-Versorgung der Neubaugebiete. Mit Blick auf die Bayernkaserne entsteht ein Riesenareal, ein eigenes Stadtquartier mit bis zu 5.500 Wohneinheiten, mit eigenen Schulkomplexen, mit einem Gymnasium, Grundschule, einer Musikschule, einem städtischen Gebäudeausbau, sozialem Wohnen. Und das zeigt einfach die Komplexität dieses Riesengeländes. Und wie erfährst du von so einer Ausbaumaßnahme? Da wir mit den Bauträgern, Planungsbüros und Städten im regen Austausch sind, werden wir relativ zeitnah in die Planung mit eingebunden. Wir recherchieren auch viel selber und gucken, wo entstehen Neubaugebiete, um dann auf Städte oder eben Bauträger zugehen zu können. Wir stimmen uns sehr früh in der Planungsphase ab über diese Erschließungen. Wenn du jetzt auf so einen Bauträger zugehst, was sind so die ersten Sachen, die dann abgestimmt werden? Für uns ist wichtig zu erfahren, was wird gebaut, also wie viele Gebäude entstehen, wo stehen diese Gebäude, wie viele Wohnungseinheiten, wie viele Gewerbeeinheiten. Gibt es besondere Dinge zu betrachten, wie ob eine Schule entsteht, ob Hotels entstehen. Und diese Informationen sammeln wir alle zusammen, lassen uns auch den ersten Bauplan und Lageplan geben, um sehen zu können, wo und wie stehen die Gebäude, wo sind die Technikräume geplant und wie kommen wir am besten mit unserem Glasfaserkabel dann in die Gebäude. Mit den Informationen gehst du dann zu den Kolleginnen von der Technik? Genau. Wir treffen uns einmal in der Woche, jetzt zu Corona-Zeiten per Webex und besprechen die aktuellen Neubaugebiete. Wir stellen die Bauvorhaben vor und treffen in diesem Team. Und dieses Team entsteht aus der Technik, aus dem Bauherren-Service. Da sind Kollegen, die aus unserem Haus die Wohnungswirtschaften betreuen und der Geschäftskundenvertrieb. Und in dieser Runde entscheiden wir einmal wöchentlich, ob dieses Neubaugebiet in FTTH erschlossen wird. Können wir uns das mal angucken, wie so eine Planung funktioniert? Ja, sehr gerne. Die Nadine in der Technikniederlassung in München erwartet uns und lass uns einfach hinfahren. Okay. Nadine, welche Informationen kriegst du denn vom Andreas, wenn er mit einem neuen Projekt auf dich zukommt? Andreas lässt uns erstmal die verschiedenen Bebauungspläne oder den Bebauungsplan in dem Fall zukommen. Da haben wir dann Informationen, wie viel Gewerbe oder wie viel Wohneinheiten in diesem Gebiet erstmal geplant sind, welche Bauträger, also wer da baut, wer da tätig ist, welche zeitlichen Rahmen, auch welche Projekte beziehungsweise welche Bauabschnitte da hervorgehen. Und mit diesen Unterlagen, mit diesen Informationen können wir dann entsprechend weiterarbeiten. Wir sehen einmal zum Beispiel den Bebauungsplan. Da sehen wir erstmal, welche Abschnitte hier überhaupt für das neue Gebiet in Frage kommen. Anhand dieses Plans können wir erkennen, welcher Wohnabschnitt. Wir können mal rechts unten das Gebäude betrachten. Dann auch, wie viel Wohneinheiten bekommt. Hier im Plan können wir zum Beispiel rauslesen, das sind 263 Wohneinheiten, die da erstmal geplant sind. In den oberen Abschnitten sehen wir dann, wie das Baugebiet aufgeteilt ist. Wir haben drei verschiedene Bauabschnitte, die auch verschiedene zeitliche Rahmenbedingungen fassen. Da müssen wir natürlich gucken, dass wir keines davon vergessen und dass sich diese eben beim Baufortschritt gegenseitig nicht in die Quere kommen. Diese beiden sind relativ identisch. Also hier sind die Bauabschnitte nochmal gekennzeichnet. Der hier lässt eben einfach nochmal mehr Aufschluss, was sich dahinter verbirgt, was befindet sich hinter diesen Wohneinheiten. Also sind es zum Beispiel Jugendeinrichtungen oder sind das irgendwelche Wohnungen. Die sind dann mit verschiedenen Farben entsprechend nochmal gekennzeichnet, dass man sich mit den Bauträgern einfach besser abstimmen kann. Erstmal eine grobe Planung. Die sehen wir jetzt zum Beispiel hier rechts auf dem Lageplan. Da sieht man erstmal so das Gebiet, wie es abgegrenzt ist. Man sieht unsere Vermittlungsstelle und erstmal so einen Vorschlag vom System, wie wir das Ganze anbinden können. Genau, wir werden in erster Linie erstmal mit den Ingenieurbüros in Kontakt treten. Da werden wir einfach nochmal abstimmen, wie viele Wohneinheiten. Das kann sich ja ab und an immer noch was ändern. Dann werden wir das Ganze zusammenfassen und mal gucken, wie viele graue Kästen, also sprich unsere Netzverteiler, wir im Baugebiet aufstellen müssen. Das ist wichtig, damit wir überhaupt wissen, wie viele Fasern wir aus der Vermittlungsstelle heraus planen müssen. Der zeitliche Aspekt, den dürfen wir natürlich nicht vernachlässigen, denn wir haben ja drei verschiedene Bauabschnitte in großen Zeitfenstern. Deswegen muss man auch hier sehr viel abstimmen und wir stimmen uns natürlich auch noch bezüglich der Infrastruktur im Gebiet mit den Bauträgern bzw. mit den Ingenieurbüros ab. Das Ganze darf man nicht vernachlässigen und man muss da großes Augenmerk drauf legen. Es laufen also jetzt auch schon Gespräche mit anderen, die auf diesem Maufeld aktiv werden? Genau. Wir haben natürlich viele andere Versorgungsträger, die da mitmischen mit uns, also zum Beispiel Wasser, Abwasser, Gas, vielleicht Fernwärme, Strom. All die müssen natürlich auch irgendwo verlegt werden. Deswegen gibt es Spatenbesprechungen. Auch an denen kann man natürlich sehr viel im Vorfeld teilnehmen. Und da werden wir uns natürlich mit allen Sparten, also die da mitmischen, abstimmen, damit wir auch hier uns zeitlich einfach nicht überschneiden und damit keiner vergessen wird. Und wenn du jetzt so eine Grobplanung machst, legst du da nur erstmal Glasfaser rein und verteilst die Netzverteiler gleichmäßig über die Fläche? Oder weißt du schon, wo besonders viel Kapazitäten genutzt werden? Ja, das kommt natürlich immer ganz auf die Lage an. Wir machen da zum Beispiel verschiedene Vorschläge an die Ingenieurbüros und die werden uns dann auch sagen, ob viele Kästen an irgendwelchen Stellen störend sind oder ob man die Infrastruktur so gut einbauen kann. Ansonsten werden wir Speednet-Rohre und Kabel eben entsprechend verlegen, um FTTH oder hier das Glasfaser ins Neubaugebiet zu bringen. Hier haben wir mit, natürlich immer mit die Betrachtung auf Reserven, dass wir hier nicht gleich völlig ausgelastet sind, ungefähr 14 Netzverteiler, also 14 graue Kästen, die wir hier in dem Bereich aufstellen werden. Wir haben im Vorfeld dann verschiedene Aufträge in unser Workfloor-Management-System eingestellt, das bedeutet zum Beispiel jeder dieser Kästen bekommt einen Auftrag. Die sind natürlich auch von der Zeitschiene her festgelegt und der Projektierer, der Ausbauplaner wird sich dann entsprechend über unsere Infrastruktursysteme ja erstmal eine Trasse heraussuchen oder die Trasse neu festlegen. Und ja, der Hintergrund ist, dass wir diese Elemente einfach so planen oder so in unser System einbringen, dass wir da letzten Endes ja Unterlagen generieren können, mit denen die Firmen dann vor Ort arbeiten können. Das wäre jetzt zum Beispiel eins von unseren Infrastruktursystemen. Wir sehen jetzt zum Beispiel hier in diesem lilanen Strich dargestellt einmal die Vermittlungsstelle. Das wäre so der erste Weg dieser Straßenübergang. Hier ist eben eine Straße dargestellt. Wenn wir diese Trasse uns anklicken, dann haben wir hier zum Beispiel mal eine Ansicht, wie viele Rohre in dieser Trasse überhaupt verlegt sind. Da haben wir jetzt zum Beispiel den Vorteil, wir hätten hier freie Kapazität oder hier, also etwas, wo noch keine Kabel entsprechend verlegt wurden. Und die können wir uns natürlich zunutze machen, ohne dass zusätzlich nochmal Tiefbau anfallen muss. Wenn du dann die Feinplanung abgeschlossen hast, ist die Aufgabe für dich erledigt. Deine Pläne gehen dann an eine Auftragsfirma, die es umsetzt. Genau. Also wir geben dann die entsprechende Bauakte, da sind die ganzen Pläne enthalten, nochmal so eine grobe Kalkulation, was das Material und was die Leistung der Firmen anbelangt, an unsere Baubegleitung weiter. Die Baubegleiter, die beauftragen dann die Firmen bzw. die koordinieren die Maßnahme dann und begleiten die, wie der Name schon sagt. Und wenn das Ganze dann nicht nochmal zu uns zurückkommt oder nicht nochmal nachjustiert werden muss, dann wird der Baubegleiter die Maßnahme mit der Firma zusammen abschließen und wir bekommen von der Firma dann eine Rotberichtigung. Da haben wir dann quasi den Soll- und den Ist-Zustand, wie ist es in der Planung und wie ist es dann tatsächlich draußen. Und das Ganze geht dann nach der Baubegleitung an die Dokumentation und die gibt es dann in unser System ein. Mit Blick auf die Bayernkaserne geht die Arbeit jetzt also richtig los. Die Technik bringt die Glasfaser in die Straßen. Andreas setzt sich mit den Bauherren und Bauträgern in Verbindung, um die Verträge für die einzelnen Gebäude zu verhandeln. Denn nur mit den unterzeichneten Verträgen können wir die Glasfaser bis in jedes Gebäude und jede Wohnung legen. Und richtig spannend wird es für Andreas dann, wenn die Bauarbeiten abgeschlossen sind. Für mich wird es interessant 2025, wenn die Gebäude stehen, wenn die Kunden einziehen, einfach eine Auslastung auf unser Netz hinzubekommen und auch die Kunden zu informieren, was sie denn mit ihrer neuen FTTH 1 Gigabit Leitung anfangen können. Ja, weil die Auslastung des Netzes ist echt ein großes Thema bei uns. Falls euch das Video gefallen hat, dann freue ich mich sehr über einen Daumen nach oben. Falls ihr Fragen habt, nutzt die Kommentarfunktion unterhalb des Videos und falls ihr nichts verpassen wollt, abonniert einfach den Kanal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.